Herzlich willkommen auf meinem Kanal Depot und Marktlage. Langfristig erfolgreich durch Investitionen und Qualität. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, das freut mich sehr, dass du mit mir zusammen auf das Depot schaust. Also hier speziell die Gewinnkurve. Ja, schon wieder ist ein Monat vergangen. Jetzt ist Mitte Mai 2023, also höchste Zeit für das Depot-Update. Und ja, ich habe hier die Sollkurve angegeben. Ja, der Gewinn hat jetzt hier noch nicht ganz das Soll erreicht. Ja, aber das sind ja auch noch ein paar Jahre Zeit. Es ist ja auch so, dass der Gewinn sich berechnet aus Rendite mal Einzahlung. Und ja, an der Rendite kann man ja schrauben, indem man gute Aktien wählt, gute Qualitätsaktien und auch versucht, einen möglichst günstigen Einstandszeitpunkt zu erwischen. Und ja, der zweite Faktor ist hier die Einzahlung. Die habe ich natürlich auch versucht zu pushen in den letzten Monaten. Meine Strategie ist ja auf jeden Fall Qualitätsaktien zu kaufen mit Fokus auf Kurswachstum. Aber ich nehme auch gerne etwas Dividende mit. Ja, was ich ja zeigen möchte auf dem Kanal ist, dass Blind Hold funktioniert. Und ja, das möchte ich jetzt hier über dieses regelmäßige Depot-Update demonstrieren. Und würde mich freuen, wenn du mich die nächsten Jahre begleitest. Ja, es gab ein paar Nachkäufe. Also IPM Systems zum Beispiel und United Therapeutics, aber auch Hulignoki, Paychex, Nasdaq, MCI. Und ja, neu im Depot ist Ferrari. Ich wollte noch eine Luxusaktie in meinem Depot haben. Ja, gut, man sagt ja auch, Luxus läuft recht gut, auch unabhängig speziell zum Beispiel von solchen Inflationsphasen. Und ja, ich hatte hier die Auswahl natürlich zwischen verschiedenen Unternehmen, beispielsweise FOMH oder auch MS, aber eben auch Ferrari. Und ja, während die Erstgenannten ja aus Frankreich sind und es da ja diese Doppelbesteuerung gibt, habe ich mich da eben aus diesem Grund für Ferrari entschieden. Ferrari ist ja ein Automobilhersteller mit den höchsten Marschen überhaupt. Es gibt etwas Dividende und ja, es gibt ein sehr stabiles Kurswachstum. Und da hoffe ich natürlich, dass es so weitergeht. Ja, ich darf mich über mehr als 200 Treuabonnenten schon freuen und hoffe natürlich, dass es sehr schnell noch viel mehr werden. Und ja, da würde ich mich natürlich über dein Abonnement sehr freuen. Also wenn du nicht schon meinen Kanal abonniert haben solltest, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit. Die Sammlung an Unternehmenslogos ist mittlerweile recht umfangreich. Also 34 Unternehmen sind jetzt mittlerweile in meinem Depot und ja, zurzeit verspüre ich auch keine großen Ambitionen, noch ein Unternehmen dazuzunehmen. Einzig und allein deshalb, weil ja, ich sage mal, jedes neue Unternehmen einen Mehrwert generieren muss. Und ja, man weiß natürlich nie, was die Zukunft bringt. Also vielleicht stoße ich noch auf das eine oder andere Unternehmen, das hier den entsprechenden Mehrwert generiert. Aber zurzeit bin ich recht zufrieden mit dem Status Quo. Die 34 Aktien habe ich wie immer zusammengefasst in einer Tabelle. Die Schrift ist jetzt doch ein bisschen klein geworden, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das doch auf zwei Tabellen aufzuteilen. Also hier ist jetzt die Position 1 bis 17, Accenture bis Intuit. Und ja, wie immer mit Wertpapier, Kennnummer und Tickersymbol, aber eben auch Sektorzugehörigkeit. Die habe ich jetzt auch noch farbig hinterlegt, damit man das noch besser einteilen kann. Und ja, es ist natürlich noch einfacher dann, wenn man den einen oder anderen Sektor verstärken möchte, hier eine geeignete Aktie eventuell für sich zu finden. Und ich habe auch noch bei der Dividende jetzt die Dividendenrendite angegeben. Also nicht nur die Information, ob überhaupt Dividende gezahlt wird, sondern auch wo der typische Range liegt. Und die zweite Spalte von rechts zeigt wie immer den, ja, Trader Fox Qualitätscheck. Hier werden maximal 15 Punkte vergeben und das entspricht einer 1 plus und 10 Punkte sind 1, 2 minus und dazwischen ist alles entsprechend gestaffelt. Es gibt auch zu verschiedenen Aktien schon eine Analyse und es werden natürlich weitere Analysen dazukommen. Der zweite Teil beinhaltet die Position 18 bis 34, also Meter bis zu Ites. Und ja, an dieser Stelle nochmal die Bitte, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit. Von den 34 Positionen zahlen 22 Dividende und diese Übersicht zeigt die Gewichtung der jeweiligen Positionen. Es sind insgesamt sechs Länder vertreten und sieben Sektoren. Die größte Position wird gebildet von Julian Locke mit ungefähr 6% und die kleinste Position wird gebildet von Ferrari, dem Neuensteiger im Depot mit ungefähr 1%. Und der spekulative Anteil wird repräsentiert von der Bico Group mit ungefähr 1%. Das Diagramm zeigt die Gewichtung der sieben Sektoren. Also man sieht schon, dass Informationstechnologie und Finanzen und Gesundheitswesen recht stark gewichtet sind. Aber das ist ja auch so gewollt. Also die drei halten sich sozusagen in Schach und bilden auch durchaus einen Gegenpol zueinander. Aber es soll auch so sein, dass die anderen Sektoren weiterhin ausgebaut werden sollen. Wenn man sich die Länderverteilung anschaut, dann ist ja jetzt Italien dazugekommen durch Ferrari, aber eben auch Schweden ist vertreten über die Bico Group. Irland, ja zumindest Accenture hat seinen Sitz in Irland und die Niederlande ist vertreten über die ASML Holding und Deutschland durch Biontech, Nemetschek und Bechtle. Dann schauen wir uns noch kurz die Rendite an bei den Tops und Flops. Ja, Vertex Pharma ist auf dem Weg zum Verdoppler, genau wie Sintas. Ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Wenn ich hier nachkaufen würde, dann würde es natürlich die Rendite ein bisschen verwässern. Aber ich sage mal so, wichtig ist mir die Gewichtung der einzelnen Positionen. Aber da Vertex Pharma und Sintas hier schon sehr stark gewichtet sind, ist hier erstmal kein Nachkauf geplant. Ja, Microsoft hat sich sehr stark entwickelt, natürlich auch ein bisschen bedingt durch den ganzen Hype um Artificial Intelligence. Ja, muss man mal gucken, ob hier nicht vielleicht dann doch ein kleiner Rücksetzer demnächst ansteht. Aber ich würde hier auf jeden Fall keine einzige Aktie verkaufen. Genauso wenig würde ich verkaufen bei Alphabet, die sich ja auch stark entwickelt haben jetzt wieder in den letzten Wochen. Aber es ist auch ein Hoch und Runter und da muss man einfach entspannt bleiben und ja, letztendlich abwarten und ja, weiter beobachten. Und ja, ASML hält sich relativ stabil und ist hier in fünfter Position der Tops. Bei den Flops hält sich die Biko Group auf dem unrühmlichen ersten Platz. Ja, hier im Moment zur Zeit mit minus 48%. Ja, das kann sich natürlich schnell wieder ändern. Ja, nach oben und nach unten. Also da ist man nie vor Überraschung sicher. Aber es ist momentan für mich eine Halteposition. Also es sind jetzt weitere Nachkäufe nicht angesagt. Und verkaufen würde ich sowieso nicht, weil ich denke, dass die Firma weiterhin ja vielversprechend ist. Genauso wie EPM Systems. Man muss sich natürlich immer wieder klar machen, wenn man jetzt 33% im Minus ist, bedeutet das natürlich, dass man jetzt erstmal wieder 50% im Kurs zuleben müsste. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt das Problem der Aktie gewesen in der Vergangenheit. Ja, es müssen einfach wieder kaufwillige Kunden reinkommen in das Aktiengeschäft. Und ja, das heißt auch hier einfach abwarten. Und das gleiche gilt auch für Biontech. Ich denke, da müsste sich auch so langsam jetzt einen Boden finden bei irgendwo 90 Euro bis 100 Euro. Und dann wäre es auch wieder für mich ein Nachkaufkandidat. Und ja, WIW Systems hält sich sehr stabil. Schon seit sehr vielen Monaten. Und ja, ist auch bei mir zurzeit eine Halteposition. Genauso wie Bechtle. Es gab wieder zwei Fragen an die Community. Und die erste Frage bezog sich auf das Aktienduell, das als erstes gezeigt werden soll. Und gewonnen hat Paychecks gegen EDP. Also zwei Bezahldienstleister. Und ja, hier sind natürlich auch die anderen Duelle auch schon online und können gerne angeschaut werden. Und ja, die zweite Frage bezog sich auf Kursziele von Analysten. Das sind ja diese sogenannten 12-Monats-Prognosen. Also hier wird ja glaskugelmäßig ermittelt, wo eine beliebige Aktie in zwölf Monaten steht. Also meistens wird es ja in Prozenten genau angegeben. Also zum Beispiel diese Aktie steht 13 Prozent höher in zwölf Monaten. Ja, und hier war der Konsens, dass wenn zu einem solchen Kursziel keine Hintergrundinfos angegeben werden, dass so ein Kursziel dann doch eher sehr beliebig wirkt. Es sind wieder zwei neue Umfragen online und ja, die erste Frage bezieht sich wieder auf ein Aktienduell. Und es stehen drei Aktienduelle zur Auswahl und du kannst abstimmen, welches du als erstes sehen möchtest. Und die zweite bezieht sich darauf, wie lange du schon an der Börse bist. Dann schauen wir noch kurz auf die Marktlage. Also in den USA ist es jetzt so, dass eine Rezession quasi unvermeidbar erscheint. Und da ist jetzt nur noch die Frage, wird es ein Soft Landing geben oder eine eher harte Landung? Jetzt ist es ja auch so, dass die Firmen noch sehr stark, sehr stabil dastehen zum Teil, insbesondere die Technologiefirmen. Da steigen ja die Kurse, wenn man zum Beispiel eine Microsoft oder eine Nvidia betrachtet. Das ist schon heftig, was da passiert ist in den letzten Monaten. Aber es widerspricht ja dem Wunsch der US-Notenbank, also der FED. Denn die FED will ja einen sinkenden Aktienmarkt und die will ja geringere Kreditvergabe. Und der Grund ist eben, dass die Inflation weiter bekämpft werden muss. Und das kann man nur erreichen, indem man den Konsum, also die Nachfrage reduziert und auch die Geldmenge. Und ja, jetzt hat auch die Zinsanhebung noch nicht die volle Wirkung entfaltet. Das heißt, die hohen Zinsen sind noch gar nicht vollständig in der Wirtschaft angekommen. Da kann es durchaus noch zu einer sogenannten Kreditklemme, also einem Credit Crunch kommen. Und es ist auch so, dass das Geld von den Regionalbanken, die oft sehr niedrige Zinsen anbieten, das ist ja wie bei uns hier, in sogenannte Geldmarktfonds fließen. Die haben wir hier leider nicht, aber die USA schon. Und dadurch wird die Krise der Regionalbanken natürlich verstärkt. Ob das jetzt wirklich ein Problem ist, das wird sich noch zeigen in den nächsten Monaten. Auf jeden Fall ist es so, dass die Zinsen wahrscheinlich nochmal angehoben werden im Juni um weitere 0,25 Prozent. Und danach könnte dann auch pausiert werden. Aber die US-Notenbank hat ja immer gesagt, dass sie diese Anhebung datenabhängig gestalten will. Und sich damit natürlich auch alle Wege letztendlich offen hält. In der Vergangenheit war es aber auch immer so, dass es noch nie eine richtige nachhaltige bullische Erholung gab, solange eben dieser Zinsanhebungszyklus noch im Gange war. Und ja, selbst wenn dann die Zinsen irgendwann gesenkt werden und zum Teil scheinen die Märkte das schon einzupreisen, diese Zinssenkungen, ist ja letztendlich entscheidend, warum und wann kommen denn dann diese Zinssenkungen. Also wenn die jetzt im Rahmen einer Rezession kommen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht besonders bullisch für den Aktienmarkt. Die US-amerikanische Notenbank möchte ja die Zinsen auf hohem Niveau lassen. Und zwar sind das ungefähr eben diese 5 Prozent, wo man gerade ist. Und das entspricht auch ungefähr der Inflation. Die ist auch ungefähr bei 5 Prozent. Und wenn man nämlich mit den Zinsen ungefähr auf dem Niveau der Inflation ist, dann kann man die Inflation ganz gut bekämpfen, muss aber die Zinsen eben so lange auf dem Niveau lassen, bis man auf dem gewünschten Zielwert ist. Und das sind etwa 2 Prozent. Und ja, wenn man da nicht hinkommt, dann besteht eben die Gefahr, dass die Inflation dann verstärkt zurückkommt und dass man die dann kaum noch in den Griff bekommt. Ja, was ist mit der Europäischen Zentralbank? Die versucht natürlich auch weiterhin Zinserhöhungen durchzusetzen, denn wir haben ja auch das Inflationsproblem. Allerdings haben wir auch das Problem, dass eine Rezession vielleicht ansteht. Und außerdem ist es auch noch so, dass die Südländer stark verschuldet sind. Und ja, das ist natürlich dann folgerichtig, hier zu sagen, ja, die Zinserhöhungen passieren wir eventuell dann auch. Und ja, es besteht dann eben die Hoffnung, dass die Inflation auch beim niedrigen Zinsniveau sinkt. Ja, welche Ideen könnte man ansetzen für Markttiming? Also generell gibt es ja immer noch Aktien, gute Qualitätsaktien, die sich in einem Seitwärtstrend bewegen. Ich habe da ja ein paar technische Analysen gemacht. Ja, es ist eben oft so, dass sich die einzelnen Aktien anders verhalten als der breite Markt. Und es ist auch so, wenn dann die Rezession irgendwann offiziell verkündet wird, dann sehen die Märkte ja oft schon die Erholung, weil die ja in die Zukunft gucken. Also generell lohnt es sich hier jetzt an keiner Weise irgendwie zu verkaufen, meiner Meinung nach. Also man muss natürlich gucken, manche Aktien sind schon sehr gut gelaufen. Da würde ich dann eventuell eben nicht nachkaufen. Aber generell gilt einfach, dass es absolut Sinn macht, regelmäßig qualitativ hochwertige Aktien nachzukaufen und dadurch langfristig zu profitieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und abonniere meinen Kanal, um kein weiteres spannendes Depot-Update zu verpassen. Natürlich freue ich mich auch sehr auf Wünsche, Kommentare und Anregungen. Hab noch einen schönen Tag.